Und da sind wir wieder im, weiß ich nicht, Märchenland, nee, Zirkusland, nee, Burgland, was auch immer bei E-Text-Tut. Äh, Zirkusland. Ja, ins Schloss. Wir müssen ins Schloss und waren jetzt erstmal ins Schloss. Wir haben jetzt frei gemacht, jetzt können wir nämlich über die... Die Brücke. Einfach volle Pulle. Du fliegst, da passt weg. Oha, oha. Drück alles, drück alles. Oh, gib alles, wuuu. Und fertig. So cool. Die Tröten. Cody, die Schienen sind zu Ende. Oh nein, das habe ich vergessen. Ich habe die Strecke niemals fertig gemacht. Fertig gebaut. Oh, hört aber ein Klack. Direkt zum Schloss, ja? Ja, genau so war es geplant. Siehst du, das Schloss. Ja. Hey, die Elefantenkönigin, da oben ist sie. Ja, das Tor kann nicht weit sein. Also los. Hat ein bisschen gehackelt, weil der gespeichert hat da. Stimmt. Und ich mag... Warte, was wollte ich zeigen? Nee, jetzt ist es weg. Nee, doch, die ganzen kleinen Pappstücken hier. Ja. Die so Riffeln noch drin haben. Die sehen wohl echt aus. Genau, wie die Pappe einfach. Ich mag diese Details. Und hier auch so ein Geschenkstern. Eine Geschenkschleife, ja. Und die Tannen sind alle aus Papier. Aus grünen Papier. Kästchen Papier. Kästchen Papier. Abgerissen aus dem Block, guck. Ja. Oh, krass. Das ist so nice. Ich mag diese Details. Und hier auf dem Boden, Gesundheit, ist eine Holzplatte. Irgendwas gekrakelt mit Kreide oder so. Guck mal, in hier. Und das sieht aus wie Playmobil-Pferde. Stimmt, wa? Und was ist hier drin? Ich weiß nicht. So Perlen. Und, und, und so Nadeln, Kopfnadeln-Dinger. Wie heißt das? Stecknadel. Ja, genau. Und hier die Wachen, was sind denn? Die bewachen nix. Hallo. Du riechst streng. Wasch dich mal. Ey, was machst du denn da unten bei dem? Oh. Der hat geschwitzt. Ey, du, dein Bruder schwitzt. Sag dir mal, gib dir mal einen Schampen. Gar nicht übel, Cody. Gar nicht so übel. Guck mal da. Die Scheibe. Oha, die Dart. Das ist doch mit dem Filzweil. Ja, so ein, so ein, so ein Klett-Dart. Oh, guck mal, die, die traurige Steckdose. Oh ja, der kommt jetzt und löst die Wache ab, die schwitzt. Ich seh's genau. Oh nee, der ist zu klein. Guck dir doch mal die traurige Steckdose an. Wo ist die traurige Steckdose? Oh ja. Du hast sogar eine Eisenbahnstrecke gewonnen. Oh nee, das ist schon wieder so ein Hakim-Ding. Oh, dann ist ein Minigame. Ach so, sieh mal. Das sieht aus wie eine Art Videospiel. Willst du's ausprobieren? Nö. Ah, der Zug. Ich wurde überfahren. Das war ein Achievement. Und Rails, weil ich überfahren wurde. Oh krass, ich fahr hier die Lok. Ich komm noch nach. Alles klar. Mal sehen, ob wir nicht einen besseren Blick auf das Schloss bekommen können. Oh, ist das schön. Ach, wieso? Ich werde es schön zurücklehnen und die Fahrt gehen müssen. Mal sehen, was es so alles gibt. Es ist toll mit deiner Arbeit zum Leben, aber... Hier, da ist so ein Tumbling Tower. So ein, so ein, wo man immer was, so ein Jenga oder wie das ist. Ah, Jenga, ja. Wie die da drin sitzen und sich freuen. Und hier mal mit Klebeband, die Papp, die Pappbogen. Oh, wir haben als Kinder auch Pappbogen gebaut, ey. Wollen wir hier bleiben? Alter. Kennst du noch diese übertriebene Burg? Weißt du das noch? Wir haben mal so eine, so eine Burg gebaut. Die haben wir da noch auch mit Lego drin gespielt und so. Echt? Mit Pappe? Ja, die war aus Pappe. Aber die war, die hatte auch so zwei Ebenen und so. Ah, richtig geil. Hatte ich vergessen. Weiß ich gar nicht. Da habe ich mich gerade wieder dran erinnert. Guck mal, da unten sind Dominosteine. Das Tor ist versperrt. Es muss einen Weg hineingeben. Also, wir haben hier diesen großen. Der wird sich ja bei dem Tor helfen. Großes Tor. Oh. Sollen wir den einreißen? Oh, oh. Den Dränger hier? Achtung. Nö. Nö. Der ist zu fest. Kannst du noch weiter runter machen? Und jetzt volle Pulle. Warte. Nö. Mimimal. Lop. Okay, da kommen wir nicht durch. Die müssen erst einreißen. Andere Seite. Bowlingkuchen. Oh. Oh. Okay, wir nehmen die Bowlingkuchen. Jetzt zum Jenga. Oh, ist die krass. Als ob sie da dran hält. Eine Felsen 9. Warte. Jetzt. Oh, geil. Oh, noch mehr. Geil, macht das Spaß. Guck mal, das ist ein Elefantenrucksack. Oh, wie süß. Ne, das ist ein Schwein. Ah, das ist gut. Das ist ein Schwein. Können wir die auch? Guck mal. Wo wir müssen uns ranbringen? Naja, das Höflichste ist nun mal an die Eingangstür zu klopfen. Ach so, jetzt müssen wir das schwingen. Du musst... Zurück und vor. Zurück und vor. Zurück. Vor. Ne, ist sogar eine 9er, keine 6er, oder? Ich hab 9 gesagt. Ah, du hast 9 gesagt. Habt ihr wieder nichts zugegeben? Ne. So wie immer. So wie immer. Da oben ist der... Guck mal, die Prinz der Königin. Oh, oh. Eindringlinge. Wartet, wartet, wartet. Wir wollen euch kein Ärger machen. Ja, ja, wir sind nur hier, wegen des Elefanten. Ja. Oh, no. Erst er. Oh, er hier. Welch eine Beleidigung gegenüber Fanti der Dritten. Königin des magischen Schlosses. Oder kurz, Ihre Majestät. Oh, ja. Wir meinen natürlich Ihre Majestät. Könnt ihr uns zu ihr führen? Es eilt etwas. Die Königin gewährt dem Bauernvolk keine Audienz. Bauern? Wow, wow, Vorsicht. Wen nennst du Bauern, Kumpel? Ich hab das Schloss hier kreiert. Von mir kommt sogar das Wort magisches Schloss. Also ohne mich wärst du noch nicht einmal... Okay, okay, jetzt bin nennst du... Entschuldigt meinen Untergebenen vielmals. Untergebenen, ja. Wir sind Botschafter aus einem sehr weit entfernten Land und bringen einen Brief von höchster Wichtigkeit für Eure Majestät. Dann händigt ihn mir aus. Oh, tja, wir müssen ihn Ihrer Majestät persönlich geben. Hm, warum? Ha, weil Sie Ihre Majestät töten wollen. Was? Nein. Spricht du die Wahrheit? Natürlich. Ich bin kein Lügner. Ich bin Dr. Hakim. Das Buch der Wahrheit. Hm. Stets Ihrer Majestät verpflichtet. Der edlen Fanti, der dritten Königin des magischen Schlosses. Bist du auf dich einzuschmeicheln? Ignoriert diesen Blödsinn. Er ist verrückt. Loco. Er lügt nur. Ach ja? Und wieso zeigt ihr dann nicht einfach euren Brief der Majestät? Vielleicht mache ich es ja. Also, die Sache mit dem Brief ist leider kompliziert. Ah, seht ihr? Denn es gibt nämlich keinen Brief. Fall gelöst. Boah! Nehmt Sie gefangen! Das ist im Schloss Kerker. Ich habe mich nie besser gefühlt. Herrje, Cody, wieso musstest du einen Kerker bauen? Naja, weil in allen Schlössern nun mal auch Kerker sind. Entschuldige. Habe ich mir nicht ausgedacht. Hey! Wir müssen durchs Klo. Hört uns hier jemand? Hallo! Hallo! Glücklicherweise. Bist du nicht der Ingenieur in der Familie? Kannst du das lassen? Was soll das? Das ist von mir. Ja, ist nicht zu übersehen. Die Toilette hat keine Abwasserrohre. Ja, es ist ja auch ein Spielzeugschloss. Und Spielzeug muss nicht auf die Toilette. Ich hätte diese Bohnen nicht essen sollen. Ach schon, beeil dich. Hat er gerade gebucht? Ja! Könnte ich! Oh boy! Also, da du der Erbauer bist, wo müssen wir lang? Ja, rechts lang. Wachen! Ja, voll schnell! Er kommt nur stehen! Musik! Der Puschel! Der pupst gleich. Ja! Oh, iiih! Hast du es gesehen? Ja! Oh, unhafft der ist. Jetzt kippt er mehr um. Ich kann nicht mehr! Oh Gott! Oh! Ich habe jetzt einen Zaubermus. Eisgeschosse, May! Ich habe coole Magikäfte, geil! Du hast ein Feuer schwer! Und ich habe Feuerkräfte! Wir brauchen ja auch Waffen. Ja! Tja, ich sag's ja! Ein magisches Schloss! Cody, lass uns loslegen! Ja! Hast du dich mal richtige Waffen? Wie das Buch immer... Oh, wir haben schon Lebensbalken. Oh krass, wie das aussieht! Wie so ein Dungeon Crawler. Ja! Wie das Buch einfach immer alles schwer macht, damit wir länger... Oh! Du kannst dich rüberschießen. Oh krass! Ich habe Eisgeschosse, aber das was... Ich habe... Du hast auch einen Zweitangriff. Oh! Oh, du hast Flächenschaden. Oh, wow! Krass, wie nice das hast du denn? Aber guck mal, wir haben... Siehst du die... Die Mana-Balken? Oh, shit! Die füllen sich nicht auf. Nicht von dem... Nicht von dem Sonderangriff. Oh, Gott. Die füllen die sich wieder auf. Hier, der normale Angriff. Zack, 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 zack. Ah, ja. Das ist gar kein... Das ist einfach ein... Ah, und dann kann man den Starkangriff machen, wenn man aufgeladen ist. Das ist kein Mana, sondern das ist so ein Rage... So eine Rage-Bar. Wenn die voll ist, dann hast du deinen Aller-Special-Angriff. Guck mal, meiner ist jetzt voll. Ich mach den mal. Ach, ach, doch. Oh, ist dauerhafter. Zieh den mal rein! Bis der alle ist, der Balken. Okay, gut, dass wir gewünscht haben. Dann machen wir den Balken nochmal voll. Also, wenn wir gegen kleine Gegner kämpfen, immer den Bar wieder auffüllen. Okay, ich muss nochmal üben. Also, das... Der Taste ist jetzt so ein Schattensprung. Bei mir. Schau mal. Das ist bei mir auch, dass ich bis zum Ende irgendwie komme. Ah, das verbraucht kein Mana. Nee, 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 ist kein Mana. Ich hab's erst gedacht, aber es ist nur die... Diese... Das verbraucht auch nichts. Okay, das ist nur der Special-Angriff. Das ist auch kein Cooldown, das ist nur Aufladung für den Special-Angriff. Okay. Okay, okay. So, meiner ist voll. Oh boy. Auf geht's! Ach so, warte. Der... Der hat einen Cooldown. Der... Der Zweitangriff hat bei mir einen Cooldown. Ja, 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 genau. Aber der ist sehr klein. Ja, ja. Und auch dieser Schattensprung hat einen Cooldown, aber der ist auch sehr kurz. Der ist sehr kurz. Ey, geil. Ey, ich mag... Ich mag ja Dungeon-Crawler. Teleportieren. Durch die Wände! Der Teleport ist tatsächlich ein Teleport. Du kannst durch die Wand. Geh... Ich nicht. Doch, geh vor die Wand und jetzt drück deinen Teleport. Nee. Nee, das war nicht der Teleport. Der Teleport ist A. Und das ist A? Das ist ein A. Das ist ein Schattenschritt. Ich hab keinen Schattenschritt. Hab nur ich den? Stimmt. Ich hab den nicht. Sorry, du hast noch was anderes. Warte. Gern geschehen. Gern geschehen. Okay. Ey, warte, warte, warte. Da ist Gold. Alter. Was so? Das ist so geil. Oh, wow. Flitz hierher! Pass auf, ja. Flitzen? Flitz hier. Du kannst flitzen. Nee, du hast A. Ich hab keine A. Achso, ich bin echt blau? Ja. Ach, shit. Oh, no. Äh. Alles gut, wir haben ja keinen... Jetzt musst du nur deinen... Jetzt hast du deinen Angriff verloren. Ja. Jetzt kannst du mir hier die Brücke machen. Danke für die Lava, May. Ach, Gefrierangriff. Wow. Puh. Bin ich froh, dass ich nützliche Kräfte habe. Warte, ich geh erstmal in die Ecke hierher. Ja. Ach, da sind unsere Klos. Ach so, du kannst dich teleportieren tatsächlich. Oh, krass. Oh, ich kann die nicht zerstören. Also, ich kann über Abgründe. Ja. Ja, irgendwie so, ne? Ja, ich kann nicht weit, schau mal. Ich kann nicht so weit. Ah, okay. Ich kann nur, das reicht gerade so die Stände. Ey, was ist mir auch. Alter, du machst dir da ja alle tot. Nice. Alter, das ist nice. Oh, das macht so Spaß. Wie kannst du wieder durch? Wie viele verschiedene, äh... Oh, danke. Pass auf, die schießen, die schießen. Ich musste runter. Mein Fehler. Ich hab nicht gewusst, dass es zurückgeht. Aber, pass auf, wir müssen die da hinten erst killen. Weil, sobald ich hier stehe, schießen die auf mich. Guck die zielen und schießen sie. Aber ich komm da nicht rüber, ohne die Brücke. Das ist also zu kurz. Haben wir einen ganz langen Angriff? Na, ich kann halt rüber switchen. Wenn du die Brücke machst, geh ich ganz schnell rüber. Okay. Dann muss ich. Zack. Und ja. Perfekt. Ich will mir meinen Angriff irgendwie noch sparen. Oh, shit. Oh, ich drücke. Wenn ich A drücke, werden alle getauscht. Nein, das wollte ich gar nicht. Was ist, wenn du A drückst? Ist das der Special bei dir? Also, A ist, ich, ich, äh, gehe fast bis ans Ende des Bildschirmrandes. Und wenn dann Abgrund ist, gucke... So weit? Ach, bis du auf den Widerstand stößt. Geh mal, geh mal jetzt nach links. Gucke, wenn ich... Ja. Okay, aber ist schon ziemlich weit. Schon ziemlich weit. Und du machst eine Feuerspur. Genau. Okay. Äh, ich komme hier hoch. Ich kann aber zu dir kommen mit meinem Angriff. Stimmt, aber bei mir geht's nicht weit. So. Hier war was. Die Dinger gehen nicht kaputt. Was gibt's denn? Du kannst drüber, durch, teleportieren und über die Brücke. Stimmt. Und du kannst dann auch zurück. Ja. Ja, genau. Haben wir doch bei Fireboy und Watergirl gelernt hier. Jetzt sind wir ja quasi Waterboy und Firegirl. Stimmt. Oh, warte, hier kann ich wieder. Oh, der dreht sich immer kacke. Das ist mit der Tastatur schwierig. Das ist mit der Tastatur. Da, da gebe ich zu. Das ist eine Tastatur. Das schmilzt. Ah, das schmilzt. Oh, gerade so. Mit einem Schattenschritt. Oh, das ist aber Mist, weil ich kann nicht alles auf einmal einführen. Guck. Das schmilzt direkt. Ja, springe rüber. Oh, gerade so. Mit einem Schatten. Nee, kann ich nicht. Das ist ein Schattenschritt. Schattenschritt. Achtung. Da bist du nicht der Einzige. Achtung, hinter uns. Nicht von den Dingen anstreffen lassen. Kacke. Ich habe dich hier mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da, hier. Da rechts. Oh, ich komme die weg. Die visieren uns an von unten. Ich kann das nicht mehr. Das ist ein Schattenschritt. Gut, dass wir kein Friendly Fire machen. Stimmt. Achtung. Visieren wieder an. Ja. Die seht mal her. Sieht das nicht mehr an, ich dachte. Okay, wie kriegen wir den da? Kannst du da rüber? Super. Okay, aber ich kann da nicht. Wir müssen den irgendwie wieder hier einbringen, ja? Kacke. Oh, jetzt ist der da drin, da muss ich durch. Da kann ich nicht. Boah. Oh, ich hab mein Special Ends besitzt. Ja, ich auch. Ja. Oh, du hast nur einer. Oh, der hat's noch geschafft. Nein, ich komm da nicht runter. Das mit dem Zielen ist ganz schwierig mit der Kastatur. Okay, dafür kann ich das. Okay, ich bin voll. Ich hab mir meinen noch aufgespart. Also, beziehungsweise wieder aufgeladen. Oh, es ist spannend. Okay, bist du bereit? Ja. Guck mal. Mach du die lieber, damit du auflegst. Ja. Kriegen wir da was hier bei denen? Ja, auch ein bisschen Aufladung. Ah. Okay. Ich glaube nachher. Okay. Ja. Ich hab da rein... Reingemusst. Aha, übrigens unser Health-Pyton. Der lädt sich wieder auf. Ach du! Da musst du rüber! Ja. Ah, ist denn die Tür auch? Ah, schick. Ich bleibe hier dran. So, mit meinem zweiten Angriff. Achtung, du bist auch fast voll. Du hast gleich hier. Boah, krass. Achtung, du ziehst hier wieder. Ich fahr rein. Da ist wieder ein Zaubermacher. Ja. Ah, kacke. Speziell. Ja, alle, wir sind hier einfach. Achtung, da kommt so ein... Ach nee, das geht nur bis da. Das ist, äh, ja. Gut, das müssen wir timen. Okay. Da gibt es immer so Nischen. Schau mal drüber. Wahrscheinlich musst du auch deinen Schattenschritt einsetzen. Oder? Nee. Nee. Geht so. Das ist gut. Ah, das ist auch gut. Gegenüber. Du willst nur gegenüber rennen. Oh, sorry. Ja, das ist krass. Schild. Schild meine Runde. Schild meine Runde. Schild meine Runde. Schild meine Runde. Aber da geht's noch rein. Pass auf. Da ist ein... Ach so, ja. Da waren die drin. Ah, okay. Der hat zwei Eingänge daran. So, Achtung, jetzt geht's hier unten oder hier an der Seite lang. Wir müssen noch mal kurz gucken. Unten gibt's Schatztunen. Zum Aufladen bestimmt. Wir haben jetzt beide verbraucht. Oh. Oh. Da sind auch noch welche. Geht es hier durch? Ich kann die da durchkriegen. Ach so, durch die Wand. Oder warst du das gerade nur? Das hab ich nicht zu sehen. Weiß nicht. Achtung, da kommt das Ding gleich. Das ist hier lang, oder? Hier erstmal. Hier geht's dann weiter. Hier geht's weiter. Der ist runtergefallen. Der ist da noch. Der ist da noch. Ah, jetzt nicht mehr. Oder? Der ist da immer noch. Ja. Stimmt. Äh, erstmal da oben noch. Oben rechts. Warte. Wir sind beide fast voll. Ja geil. So. Ach so. Ne. Du hast recht. Äh, wenns da ist. So jetzt. Ja, wohin. Hätte man das. Hallo. Party. Hier kann man sich aufladen. Bis zum Ende. Richtig gut. Das ist nice, ja. Richtig. Warte. Ja. Okay, warte. Ich würd sagen. Ja. Nächste Folge. Schauen wir mal, wo es über den Lavasee weitergeht. Alles klar. Ingencrawler, ey. Geil. Bis dahin. Ciao.